Ich laufe und er schießt und ich würde mal sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit einem Team-Dasmatch auf der Map Operation Metro. So, da, go, go, go. Auf in den Kernen für Frieden und Ruhe. Fame und Pitches. Okay, ich spotte schon, aber da ist nichts. Lass mal links langlaufen, würde ich sagen. Okay, du läufst, ich gehe in die Richtung vor. Ja, ja, win-win-Situation, Level 7er. Das ist gut. Aber es wäre auch peinlich gewesen, wenn der uns jetzt hier zu bekommen hätte. Ja, das hatte ich aber schon gestern, dass mich Level 1er genutzt haben. Ja, das ist der Nachteil an Ego-Shootern. Auch jeder kann dich töten, ne? Dann ist es. Egal, wie schlecht der ist. Ich bin mal ein bisschen hoch. Irgendwie kann es jeder schaffen. Okay. Irgendwie schaffte jeder, ich glaube... Aua. Sollen wir mal hier hoch? Ja, das funktioniert einigermaßen, ne? Langsamer. Okay, kurz vorstoßen. Also, nicht das vorstoßen, was ihr hier wieder meint. Da ist aber noch einer. Ja, du musst nachladen. Ja, ich hab gedacht, du wechselst vielleicht so sehr gut. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Nein, nein. Oh, Scheiße. Der war hinter uns, oder wie? Ne, der war im anderen Gebäude. Ach so. Hätten wir eh nicht mehr bekommen, von daher. Ne, wir gehen lieber wieder auf Sunny. Ich kann mich selber uns heilen. Das ist eigentlich immer ganz praktisch, gerade jetzt bei so einer Sache. Ja. Wenn die Koordination noch nicht ganz so gut stimmt, dann ist das auf jeden Fall ganz wichtig, wenn man mal ein Medifick parat hat. Okay, da runter, würde ich sagen. Schieß mal in den Busch, genau. Ich werfe mal eine Granate. Hast du X gedrückt? Nein. Was ist X? Du hast gerade mein Feuer-Modi verändert. Oh. Scheiße, wo geht das denn? Warte, warte, warte. V. Gut. Nachladen, bitte. Hinter uns sind welche. Langsam. Und dann, haben wir noch eine Granate? Ne, ne? Ne, außer wir haben das ausgewählt. Ne. Granaten-Perk, genau. Hatten wir aber nicht. Genau, die können wir ja auch demnächst mal auswählen. Ich finde die Granaten-Perk ist eigentlich ganz schön überlebenswichtig ab und zu. Warten wir einfach auf den. Tupfig. So, mal drei. Drei, drei, drei. So, ist das Medi-Kin. Gut. So, nix. Cool. Wunderbar. Sollen wir einfach aus dem Fenster springen? Ganz cool. Nein. Da traut er sich nicht. Aber jetzt. Jetzt, komm, es ist eine Versuchung wert. Lagt auch heute dabei nach. Geronimo! Wuhu! Wir haben keinen Schaden kastiert übrigens. Das ist gut. Like a boss. Was? Das will ich. Was? Nix? Eigentlich. Also wir haben keinen Hitmarker gesehen, oder? Ne, ich hab gar nix gesehen. Obwohl wir müssten ihn eigentlich getroffen haben. Irgendwie, ja, irgendwie schon. Also ich mein, ich hab ja gut draufgehalten. Das macht ja wohl nix. Warte mal, sind da oben Gegner? Weil ich bleib mir noch so. Okay, scheint das ja nicht zu sein. Das ist doch okay. Aber... Ich guck immer so auf die Map. Echt? Da muss irgendeiner sein, ja. Warte, da war noch einer. Hör, Double Kill. Gut, perfekt. Hoch wieder. Vielleicht, äh, sind's? Ja, ach so. Ja, okay. Ja, eine Schuss, den hätten wir uns auch fahren können. Stopp, stopp, stopp. Das ist nur ein Team-Mate. Gut. Aber wie kam der denn jetzt sein? Keine Ahnung. Spawner. Au, au, au. Hä? Von oben? Scheiße. Das sind fiese Ecken, die man einfach nicht einsehen kann, wenn man von der Straße kommt. Also das Leben auf der Straße ist schon hart. Verdammt hart. Elektro-Ghetto. Moment. Da, da läuft er bleibt. Ja, genau. Ja. Wiederbeleben? Heute ist Granatenbett, ihr erstes. Sucki. Hol dir das Ledik. Wechsel. Oh, ich hab den... Oh, das tut mir leid. Ich hab seine Deckung kaputt gemacht. Camper. Und der schimmelt da ne Runde oder was? Gibt es da nicht. Ekelhaft soweit. Okay. Schade, wir haben keine Granaten mehr. Lauf mal nach so der Wand lang. Devant. Devant, alter. Levant. Und äh... Nee, nee. Ich wollte nur gucken, weil da war ja gerade irgendwie... Schieße, Geballerin. Ja, aber ich glaub, der wurde schon erledigt. So wie ich's schieb. Da ist einer, da... Nee, doch nicht. Uh. Das wäre cool. Manchmal sieht man Sachen, die man gar nicht sieht. Dann lass mal gerade auslaufen. Ah, perfekt. Wow. Nein. Fuck. So, schnell nachgeladen hab ich mal kurz. Perfekt. Nicht spotten. Ja, spotten mal da. Haben wir ne Granate? Gar nichts. Hier ist das Medikin. Komm, drauf mal. Hä? Äh, was? 72? Kann gar nicht sein. Krasse Sache. Sachen, die sucken, würde ich mal sagen. Ich habe mir sogar schon eine neue Folge überlegt von Sachen, die sucken. Wollt ihr den Titel schon mal wissen? Ja, wollt ihr es. Trommelwirbel. Dum, 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 dum. Zehn Sachen, die Männer und Frauen auf jeden Fall nichts gemeinsam tun sollten. Sachen, die sucken. Okay. Okay, warte, warte, warte. Hä? Da ist er, warte. Wir haben keine Muni. Ah, scheiße. Wir hatten keine Muni mehr, scheiße. Das fiel ein bisschen zu spät auf, ne? Ja. Sonst hätten wir die Situation vielleicht sogar noch gerade biegen können. Aber was soll's. Darum geht es ja auch gar nicht, dass wir jetzt hier spielen wie Pros. Genau, wir haben einfach Spaß beim Zocken, so soll das ja auch sein. Richtig. So, dem geben wir mal Medi. Ja, renn einfach weg. Perfekt. Äh, Lauf. Ja. Wow. Ja, du musst ein bisschen, ja, sehr gut. Ich versuche, da mal irgendwie zu treffen. Ja, aber ich glaube, das ist eine gefährliche Stelle, wo du gerade bist. Du bist da hingelaufen, übrigens. Aber du ziehst, sagen wir, irgendwas anders lang. Ganz schnell. Ja, und los. Oh, 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 oh. Links im Haus, würde ich sagen. Da ist einer. Hoch. Ja, das ist rot. Das ist rot, aber. Dann lauf mal rechts lang. Nachladen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Fuck, der hat aber nicht mehr viel. Ne, 27. Scheiße. Schlechtes Timing, meine Freunde. Das war mieses Timing von uns beiden, leider. Ganz schlechtes Timing. Aber das macht ja wirklich nichts. Genau. Gut. Wir sollen, äh, ach, ist ja gleich schon vorbei. Perfekt. Perfekt, genau. Ist nämlich auch ein bisschen anstrengend. Ja, das stimmt. Warte. Ja. Ich bin auch schon am gucken, wie so ein Affe. Wie ein Affe. Wie ein Affe. Hopp, hopp. Hä? Hopp, hopp. Hier, von hinten. Ich glaube, der Schuss kam von hinten, oder? Ich spotte schon wie verrückt, aber da ist er, okay. Na gut, wir haben Niederhaltung gemacht. Das bringt auch schon mal ein bisschen was, wenigstens. Ja, da war einer. Okay, gut. Nachladen brauchen wir noch nicht, oder? Ne, das wäre Schüsse, das raus, das macht überhaupt nichts. Aber das Kommentieren fällt auch leichter, wenn man sich eh abspricht, dann ist das nicht ganz so trocken. Ja, richtig. Spotten. Da ist aber keiner. Alles safe, dann laufen wir mal rechts lang. Richtig, da könnten sich ja ein paar Gumbler verschimmelt haben. Schlecht? Ja, wirklich schlecht. So, Moment, Moment. Wie wir hier arbeiten, meine Freunde. Ja, das ist schon ein professionelles Werkzeug, was wir uns hier zusammenarbeiten. gebaut haben. Ja, ich kann es mal voll ausgehen. So, wenn wir jetzt rausgehen, sofort. Geh mal ein bisschen in die Ducke. Hocke, in die Ducke. In die Ducke. Ducke. Warum ist das nicht in die Ducke? Weil man duckt sich doch. Boah, das war jetzt raffiniert hier gewesen, weißt du. Schade, schnell weg. Schade. Schade, schade, schade. Mihai auch green. So, die Feinde noch fünf. Leute müssen die töten, dann wollen wir doch wohl der letzte sein. Ist ja auch ein Logo. Richtig. Wie läuft's du? Gut, scheiße. Dann konnt ich nichts machen. Du bist ja voll so schräg, genau. Ja, war auch eine Granate gewesen. Ja, ist ja kein Ding. So, sah witzig aus. Ein Gegner brauchen die Gegner noch. Äh, ein Kerl. Ein Kill brauchen die Gegner noch. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir spielen mehr Tickets, oder? Nee. Oh. Doch. Macht ja nichts. So, wenn wir gleich sterben, dann machen wir einfach Schluss. Richtig. Wenn wir gleich sterben. Perfekt. Perfektes Timing. Geh mal rechts. Ja. Ja, perfekt. Alles klar. Gut. Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt erstmal von euch. Euch einen schönen Tag. Ciao, Leute. Hau rein, meine Freunde.